Das heißt, ich glaube, wir versuchen den Hohenfahrt möglichst nachhaltig zu bezeichnen. Das heißt, man dreht sich nicht, sondern der Hohenfahrt bleibt, der liegt nicht und bleibt nicht gerade, das bewegt sich nur nicht, sondern leist. Okay? Dann mal los. Jawohl. Jetzt muss ich die Rennung mal wieder ein bisschen rumziehen, das ist der Stahlmacht in der Oberkörper. Jetzt kann ich andere Seiten führen. Vielen Dank. Und jetzt hat die Frage, die ausgestellten. Welche Spiegelung ist jetzt so relativ schwieriger? Spiegelung oder so? Genau. Das ist jetzt viel schwieriger. Aber das ist etwas, was ich eben auch schon in der Vorbereitung gesagt habe. Das ist eine typische Rennung. Die wird seit Jahrzehnten aufgerufen, wo man gemeint, das können wir. Das ist keine Herausforderung. Das Bewegungsbewegung ist abgestellten, das ist automatisiert. Das ist wesentlich schwieriger von der Fußbewegung, von der Schrittfrequenz, als einfach nur ein Fuß. Aber das ist einfach nur, so wie es im Kopf abgespeichert ist, so wie es zum Automatismus geworden ist. Und da muss ich sagen, dass der Spieler eigentlich nur kurz sagen müssen, ich stehe jetzt auf dem Fußbein, auf dem Körperheiler, die Arme, die ich lebe. Das muss einfach auch mal nicht so werden, sondern dass meine Konstellationsfähigkeit sich auf andere Beweisungen spiele, äh, das ist ja nicht so mein eigenes Körper.